Ich bin doch schon alle abgeknallt, mein Gott, ey. Ich hoffe, das ist schon ein Umstände, naja, scheiß drauf. Also, obwohl noch ein Sack hier nicht langsam geknallt, fertig ist. Oh, die sind friedlich. Mal sehen, wie lange noch? Das hab ich gesehen! Was ist das? Wahaha Nichts. Ach, scheiße, ich hab doch die Schrollplinter aufgenommen. Ja! Die Waffen mitnehmen. Oh, ich bin der Schrocken. Okay, ich bin der Schrocken. Dann aber ob ich sie da mitnehmen. Ich werde das mal machen. ich weiß auch nicht wie ich zu schlagen oder so was aber nehmt er was nicht mit Kurven sehen mit Ewa auch nicht was mit Kurven was mit Ewa? Nein, war gar nix, ich denke das das Ding ist offen, halt doch rein da, hey du stehlen? Sie haben eine Augmentierung bekommen und müssen sie bezahlen, das ist zwar bitter, aber von stehlen kann ja wohl keine Rede sein sind Sie wirklich so naiv? Bei Tong zahlt man nicht in Raten, bei Tong zahlt man bis man schwarz wird hören Sie, ich hatte gerade als Maklerin angefangen die meisten meiner Kollegen kommen aus reichen Familien sie haben sich durch Augmente einen unglaublichen Vorteil verschafft auf legalem Wege hätte ich mir das niemals leisten können also haben Sie sich mit den Triaden eingelassen ich habe nichts studiert, um mit leeren Händen dazustehen als ich genug Geld verdient hatte, wollte ich die Aug bezahlen aber nein, Sie wollen eine monatliche Gewinnbeteiligung Sie sagen, das stünde Ihnen zu, weil ich mein Geld nur wegen Ihres Optimierungschips verdiene ja, richtig so das ist wirklich eine hübsche Geschichte, Lady, aber sie ändert nichts ich kann erst gehen, wenn ich das Geld habe dann holen Sie es sich doch von mir kriegen Sie nämlich nichts ähm ganz ehrlich? bist du dir sicher? wie gesagt, ich bezahle nicht was wollen Sie? darüber muss ich nachdenken hm ganz ehrlich verreckt dran oh, nicht schon wieder eine Granate Alter, ehrlich ja oh, Jay Speichership und Kredits ja das war nicht im Tonks Sinne wahrscheinlich, aber naja, was soll nicht sehr egal koma mit muss ich was zeigen Arbeiter ah, das ist ein schöner Heiler der Welt die ganze angucken ja so, dele alle ah, hier sind wir wieder ah, das ist cool das weiß ich mal jetzt, wie wir das wieder auskommen und tschüss ha muss man ein bisschen in die Ordnung reinbringen also das legen wir mal auf die 2 das legen wir mal auf die 3 das kann mal ganz raus das kann auch mal ganz raus das kann auch mal ganz raus die Waffe legen wir mal hier hin die Waffe legen wir mal da hin die Waffe legen wir mal da hin mit einer Regie die gehen da bin ich auch da raus die Granate lege ich mal auf 6 dann habe ich nämlich auch den Fisky da raus oder was das ist die Granate Dinger da sind eine die 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 Dinger die der happiness Das ist in Ordnung wieder hier als Tagesgeschäft. So, die Energieregel kann da hin. Okay, die Energieregel kann da noch nicht hin. Alter. So, geht das da hin? Theoretisch. Die rauf hier runter. Das kann da hin, das kann da hin. Das kann auch da hin. Dann schauen wir mal wieder ein bisschen Ordnung an. So, Momentierung, ein Praxispunkt. Gucken wir mal was hier wieder. Ja, dann haben wir alles frei. Dann hätte ich mich gar nicht so anstrengen müssen mit dem... Genau. Macht's ganz einfach. So. So, und so. So, und so. Schon haben wir wieder schönen Platz hier drin. Wir können aber jetzt die Waffen mitnehmen und die Munition mitnehmen und da. Das wird jetzt alles passen. nochmal mal wieder. Ah, die versteckt man trotzdem weg. Weil das ist schon nervig, wie man dann angesprochen wird. Ah, ah. Ehhh. Ach, da war ich völlig gut, dann hat doch nochmal andere Munition mit, oder? Du? Ne. Also alles schon tot hier, ey. Schub mit Munition. Und du hattest auch noch Munition davon mit? Du? Auch nicht. Und du? Auch nicht. was ich da wirklich wieder zu tanken zurück was ist denn das hier ich habe etwas gefunden was ich nicht finden sollte ja ja Naja. Mh. 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 Wenn ich jetzt nochmal tausend Kredit zu zahlen muss, dann ist es vorbei. Warte. Außer immer, der Club macht viel zu viel krach. X Club. Was soll's denn sein? Hey, wegen dieses Jobs... Haben Sie Jaya gefunden? Beschaffen Sie das Geld, das sie uns schuldet. Hier ist Jaya's Augmentierung. Sie braucht sie nicht mehr. Sie ist Schwachkopf. Wie sollen wir die Kuh melken, wenn sie tot ist? Haben Sie wenigstens das Geld? Es gibt kein Geld. Das war nicht abgemacht. Stimmt. Aber sehen Sie es mal so. Jaya war ein Problem und ich habe es für Sie gelöst. Das war nicht hilfreich, Queilo. Sie haben mir nur noch mehr Ärger gemacht. Vergessen Sie unseren Deal. Ach, lebt mich doch. Ja, ein Fischkopf! Schaut dir da gleich den Kopf schießen, was du aus? Das war eh grauen, oder so. Also, solche Augen sind wirklich nicht normal. Ich denke, manchmal noch ein bisschen weiter. Das war jetzt ein bisschen kurz. Ich dachte, das dauert ein bisschen länger. Ich dachte, ich bin von A nach B nach B nach C nach D nach E nach E. Lass mich den Rennen hin und her und mich am Arsch. Bitte, was war das? War das nochmal? Na los! Arschloch. Hieß mich so von der Seite und sagst nicht mehr Entschuldigung, ey. Wann hier nochmal okay, ne, wa? Arschkiss. Ja. 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 Ja.